Wo immer du auch einkaufst, spare richtig, entbehre nichts und kenne die Tricks des Lebensmitteleinzelhandels. Mit unseren Tipps und Tricks macht dir dein Einkauf wieder Spaß, garantiert. Bealdi, Lidl, Edeka und Konsum & Co. so günstig wie möglich einkaufen. Unsere 10 Top-Stipps zum Sparen. Spare bis zu 200 Euro im Monat mit unseren Tipps. Vermeide Einkaufsfallen. Kenne die Tricks des Lebensmitteleinzelhandels. Kaufe deine Lieblingsprodukte zum günstigsten Preis. Die Inflation steigt und steigt. 10,9 Prozent im Herbst und Winter 2022 laut staatlichen Stellen. Das Online-Portal pleiteticker.de kalkuliert die Preissteigerung bezogen auf Produkte, auf die es auch wirklich ankommt, wie Grundnahrungsmittel, Energie und Wohnen, sogar mit 56,4 Prozent seit einem Jahr. Sparen ist daher wichtiger denn je, vor allen Dingen in Bereichen des täglichen Bedarfs, wie im Lebensmitteleinzelhandel. Hier solltest du nicht nur die Top-Spartipps kennen, sondern auch die kuriosen Tricks von Aldi, Lidl, Edeka & Co., wie wir als Konsument beim Einkauf um den Finger gewickelt werden. Und so geht's in unserem Video für dich los. Die Top-10-Spartipps im Schnelldurchblick und dann im Detail vorgestellt. Einkaufsfallen meiden, die Tricks des Lebensmitteleinzelhandels. Schräger Boden, Einkaufsfalle Backshops, gegen den Uhrzeigersinn Einkaufswege, das FIFO-Prinzip und viele andere. Viertens, deine Lieblingsprodukte, stets zum besten Preis und Cashback-Geld-zurück-Funktion. Die Spar-App Smaggle, unser Geheimtipp für dich. Bleib also bis zum Ende dran, es lohnt sich. Unsere Top-10-Spartipps für Aldi, Lidl & Co. helfen dir ganz sicher dabei, deine Kosten für Lebensmittel und Haushalt so günstig wie möglich vorzunehmen und das ohne kompletten Verzicht. Die Top-10-Spartipps jetzt im Schnellüberblick. 1. Durchblättere penibel aktuelle Prospekte, Online-Katalogen und Einkaufs-Apps und nutze Gutscheine. 2. Mach dir einen Einkaufszettel. 3. Greife bei Großpackungen zu, besonders wenn sie einen Aktionspreis haben. 4. Kaufe Eigenmarken statt Markenprodukte. 5. Kaufe nie mit leerem Magen ein. 6. Sei zeitlich flexibel und achte auf Schnäppchen-Uhrzeiten. 7. Verwende Leitungswasser statt Wasser in Flaschen. 8. Nutze Bonusprogramme mit Apps und Bonuskarten. 9. Verwende Bargeld statt Kreditkarten. 10. Lunchpaket statt Kantine. Die Spartipps nun im Detail erklärt. Durchblättere penibel aktuell Prospekte, Online-Kataloge, Einkaufs-Apps und nutze die Gutscheine. 10. Nimm dir vor deinem Einkaufszeit hierfür, denn gemeinsam mit Tipp 2, dem Einkaufszettel, kannst du so nicht nur alle Sparpotenziale nutzen, sondern vergiss auch keine wichtigen Produkte bei deinem Einkauf. 10. Mache dir einen Einkaufszettel. 10. Beim Einkauf ist es besser, mit einem Einkaufszettel in den Supermarkt zu gehen. 11. So kannst du alle Schnäppchen aus den Prospekten, Katalogen usw. nutzen und tappst zudem nicht in die Falle, zu viele Dinge zu kaufen, die man gar nicht benötigt. 12. So vermeidest du auch fehlende Artikel für ein Kochrezept, welches du dir eventuell vorgemerkt hast. 13. Planst du im Voraus, was du gerne kochen möchtest und was du dafür benötigst, so sparst du alleine dieses Vorgehen dir in der Regel 50 Euro im Monat. 13. Greife bei Großpackungen zu, besonders wenn sie einen Aktionspreis haben. 14. Kaufst du Gemüse, Fleisch oder Süßigkeiten in Großpackungen, so sind diese in der Regel günstiger. 15. Auch wenn du nicht alles davon sofort verarbeitest, lassen sich Lebensmittel oftmals gut portionieren und für einige Monate einfrieren. Auch dieser Tipp spart schnell 50 Euro im Monat. Tipp 4. Kaufe Eigenmarken statt Markenprodukte Meistens stecken eh Markenanbieter hinter Eigenmarkenlabels der Supermärkte. In der Regel sind Eigenmarken stets deutlich günstiger und bieten mehr Inhalt als teure Markenprodukte und sind oftmals mehr als die Hälfte günstiger, da größere Mengen produziert werden und keine teure Werbung geschaltet werden muss. Dies bestätigt so auch Stiftung Warentest. Weitere 50 Euro Sparpotenzial je Monat sind da ohne echten Verzicht locker drin. 15. Kaufe nie mit leerem Magen ein Mit leerem, hungrigen Magen wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich mehr einkaufen, als wenn du gut gesättigt in das Lebensmittelgeschäft gehst. Probere es selbst einmal aus und lerne daraus. 6. Sei zeitlich flexibel und achte auf Schnäppchenuhrzeiten Zahlreiche Supermärkte geben für frisches Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Fisch oder Backwaren vor Ladenschluss teilweise bis zu 50% Rabatt. Wenn du die zeitliche Flexibilität hast und dies nutzen kannst, sind weitere 50 Euro im Monat locker gespart. Denke bei solchen Einkaufen auch stets an die Option zum Einfrieren. 7. Verwende Leitungswasser statt Wasser in Flaschen Unsere Trinkwasser, welches aus der Leitung kommt, hat höchste Trinkwasserqualität. Oftmals ist es sogar besser als Mineralwasser aus Plastikflaschen. Solltest du auf den Sprudel-Effekt nicht verzichten wollen, dann lege dir lieber einen sogenannten Wassersprudler einmalig zu. Mit Wasser aus der Leitung schützt du zudem die Umwelt und das lästige, schwere Schleppen entfällt. Sehr gute Wassersprudler gibt es übrigens auch auf Amazon. Wir verlinken dir unsere Empfehlung in der Videobeschreibung. 8. Bonusprogramm nutzen mit Apps und Bonuskarten Neben dem Bonusprogramm wie Payback Deutschlandcard, bei dem du gleich bei mehreren Händlern Bonuspunkte sammeln kannst, hat so gut wie jeder Lebensmitteleinzelhandel sein eigenes Bonus-Sparprogramm, wie zum Beispiel auch Lidl, die Lidl Plus App oder bei Aldi mit seiner Aldi App. Wenn du einen Lieblings-Einkaufsladen hast, bei dem du regelmäßig einkaufst, solltest du dir überlegen, dir diese Bonuskarten zu holen und bei jedem Einkauf Bonuspunkte zu sammeln, die du bei einem späteren Einkauf dann einlösen kannst. Bedenke aber, dass alle diese Systeme wahre Datenkragen sind und dein Einkaufsverhalten damit analysiert wird. Es gibt so viele unterschiedliche Bonusprogramme, Karten und Apps, dass wir sie in diesem Video nicht einzeln vorstellen können. Wir werden diese Bonus-Systeme in einem extra Video behandeln und später hier verlinken. 9. Verwende Bargeld statt Kreditkarten So spürst du viel deutlicher, welchen Kaufpreis du bei deinem aktuellen Einkauf gerade bezahlt hast und bist für diesen Einkauf auch kein gläserner Kunde, dessen Einkaufsverhalten man genauestens analysieren kann. Auch die in deiner Portemonnaie befindliche Bargeldhöhe wird dir helfen, auf Impulskäufe zu verzichten. 10. Lunchpaket statt Kantine Dieser Tipp hat zwar nicht direkt etwas mit einem Einkaufsverhalten im Lebensmittelhandel zu tun, aber spart im Monat viel Geld. 2-4 Euro für das leckere eigene Lunchpaket zu Hause vorbereitet, statt 7-12 Euro für ein Essen in Kantine oder Gaststätte. Da summieren sich die 4-6 Euro Differenz je Tag im Monat schnell auf 80-120 Euro, die man monatlich sparen kann. Alleine diese 10 wichtigen Spartipps haben bei konsequenter Anwendung ein hohes Einsparpotenzial und helfen dir, auch bei deutlich gestiegenen Preisen für Waren des täglichen Bedarfs, dich und deine Familie gut zu versorgen. Du solltest aber auch die Tricks und die Verführungen des Lebensmitteleinzelhandels kennen, damit du nicht in deren Fallen tappst. Zudem macht es auch Spaß, wenn du diese Tricks erst einmal kennst, bewusst beim nächsten Einkauf einmal darauf zu achten. Hier kommen sie, die Tricks des Lebensmitteleinzelhandels und wie du diese Einkaufsfallen vermeiden kannst. Ein Mitarbeiter des Fritz-Clever-Teams hat ein Jahrzehnt bei einem großen Lebensmittelkonzern gearbeitet. So kennen wir natürlich so gut wie alle Tricks in dieser Branche und zeigen sie dir gerne. Der schräge Boden im Einkaufswagen Hast du dich nicht auch schon einmal gewundert, dass der Boden deines Einkaufswagens meist schräg verläuft? Das haben Aldi, Edeka und Co. bewusst so gemacht, denn ein hineingelegter Artikel rutscht durch das Schieben des Einkaufswagens automatisch nach hinten und verschwindet so aus unserem nach vorne gerichteten Blick. Der Effekt? Wir haben noch nicht so viel eingekauft. Einkaufsfalle Backshops Du gehst als Kunde mit knurrendem Magen zu Lidl und Co. Na dann kommst du an den modernen Backshops mit dem leckeren Duft von frisch aufgebackenem Brot und Brötchen oder gar Pizzateilchen kaum ohne Zugreifen vorbei. Und wer dann erst einmal die Backtüte gefüllt hat, na der braucht dann auch Butter, Wurst, Käse und Co. Darf es auch hiervon ein wenig mehr sein? Die gegen den Uhrzeigereinkaufswege Vielleicht ist es dir noch gar nicht aufgefallen, aber in den meisten Lebensmittelgeschäften wirst du gegen den Uhrzeigersinn über verschiedene Stationen Richtung Kasse geführt. Die meisten von uns sind Rechtshändler und greifen rechts öfter zu als links. Simpel, aber für den Lebensmitteleinzelhandel funktioniert es prächtig. Teures oben, preiswertes unten Dieser Trick, den kennt wahrscheinlich jeder. Für die preisgünstigen Produkte muss man sich leider bücken. Denn die sind unten im Regal eingeräumt, während die teuren Produkte in der Regel direkt auf Griffhöhe positioniert sind. Ansprechendes Ambiente bei Obst und Gemüse und beim Wein- und Spirituosenbereich? Dein Lebensmittelhändler hat gerade renoviert, dann achte einmal, dass in modern eingerichteten Geschäften im Obst- und Gemüsebereich Speziallampen die Frischware optimal anleuchtet. Alles frisch, appetitlich und knackig. Kaum zu Hause angekommen und alle Einkäufe schon ausgeräumt. Der Schinken dann doch ein bisschen grau und fahrt der Apfel matt und leicht bräunlich. Dabei sahen die Sachen im Supermarkt doch eben noch so appetitlich, frisch und saftig aus. Und im Wein- und Spirituosenbereich arbeitet man mittlerweile gerne mit Holzoptik-Fußböden und Wänden. Vielleicht auch einmal mit einem aufgestellten alten Weinfass für die Besonderheiten. Ja, raffiniertes Licht strahlt frischer aus und hüppiges Ambiente verleitet dazu, mehr Geld auszugeben. Last but not least, das FIFO-Prinzip Achte darauf, dass Du möglichst den Artikel Deiner Wahl mit dem längsten Mindesthaltbarkeitsdatum kaufst. So wird die Gefahr kleiner, dass Du zu Hause Produkte wegwerfen musst, die zeitlich abgelaufen sind. Der Handel nutzt beim Einräumen der Ware stets das sogenannte FIFO-Prinzip, welches für First In, First Out steht und beschreibt, dass die Ware mit dem längsten Mindesthaltbarkeitsdatum stets hinten in das Regal eingeräumt wird und das mit dem kürzesten Mindesthaltbarkeitsdatum folglich vorne steht, also First Out ist, in der Regel auch als erstes entnommen wird. Mach Dir dieses Vorgehen bewusst und greife daher bewusst hinten ins Regal, hol die frischere Ware raus, vergleiche das Mindesthaltbarkeitsdatum des Artikels, bevor Du ihn in Deinen Einkaufswagen legst. Nun kennst Du also bereits die 10 wichtigsten Top-Spartipps beim Lebensmitteleinkaufen, Du kennst die wichtigsten Tricks des Lebensmitteleinzelhandels und jetzt haben wir als Dank, dass Du bis hierhin das Video geschaut hast, noch einen ganz besonderen Tipp für Dich. Deine Lieblingsprodukte steht zum besten Preis Die Spar-App Smuggle Unser Geheimtipp für Dich Neben der großen Vielzahl der Bonus-Apps der Lebensmitteleinzelhandel wie Paypal oder Deutschlandcard oder die erwähnte schon Lidl Plus App, gibt es eine App, die es ganz anders macht und noch nicht allzu vielen Menschen bekannt ist, jedoch einen einzigartigen Nutzen hat. Sie zeigt Dir, wo Deine Lieblingsprodukte gerade am günstigsten im Angebot sind. Wir reden von der App Smuggle, welche Du sowohl im Android App Store als auch im App Store von Apple zum Download findest. Wir nutzen diese Apps selbst bei Fritz Clever und finden, dass es wirklich eine smarte und clevere Lösung ist, die mal anders als die üblichen Apps daherkommt. Sofern man zustimmt, dass die Anwendung auf den eigenen Standort zugreifen kann, kann sie bei einem Einkauf als wahrer Schnäppchenfinder sich erweisen mit Funktionen wie Alle aktuellen Sonderangebote finden und Einkaufslisten erstellen Lieblingsprodukte im Blick halten und Favoriten anlegen Noch mehr sparen mit Cashback-Aktionen Kassenbon fotografieren und Cashback sichern Guthaben aus Cashback-Aktionen sich auch in bar auszahlen lassen Ein Beispiel Eines Deiner Lieblingsprodukte ist eine spezielle Nuss-Nougat-Creme Bei mir wäre es zum Beispiel Nutella Oder eine ganz spezielle Schokolade Wenn Du sie in Smuggle als Favorit gespeichert hast, die App startest, zeigt Dir die App, wo Dein Lieblingsprodukt bei welchem Einzelhändler zu welchem Preis angeboten wird Sortiert Der günstigste Anbieter ganz oben So kaufst Du Dein Lieblingsprodukt stets zum günstigsten Preis Und mit der Cashback-Funktion wird Ihr sogar Guthaben, welches Du Dir bei Einkaufslisten Erspart hast, auf Wunsch sogar in Euro ausgezahlt Nicht, dass Du jetzt denkst, dass wir in dieser Information zu Smuggle etwas verdienen Nein, wir haben hier keinerlei finanzielle Vorteile, wenn wir Dir diese App hier kurz vorstellen Wir tun dies, da wir wirklich sie clever und smart finden Und Dir noch ein extra Bonbon als Dankeschön geben möchten Dass Du Dir unser Video hier bis zum Ende angeschaut hast Wir würden uns natürlich jetzt über ein Like von Dir sehr freuen Und natürlich auch sehr gerne, wenn Du Dein Abo dalässt, damit Du künftig keines mehr unsere informativen Videos mehr verpasst Bei welchen Einzelhändlern und Supermärkten erledigst Du Deine täglichen oder wöchentlichen Einkäufe Und auf welcher Sparmöglichkeit achtest Du hierbei besonders Lass es uns wissen und schreib es uns kurz in die Kommentare Auch sehr gerne, wenn Du weitere Spartipps kennst, welche wir hier nicht aufgelistet haben So hilfst Du uns, das Video bekannter zu machen und auch Deinen Mitmännchen noch mehr zu sparen Ganz herzlichen Dank, Dein Fritz